Liebes Team von PROP e.V., ich gratuliere von Herzen und mit den allerbesten Wünschen zu eurem großartigen Jubiläum. Verbinde diese Wünsche mit einem ausgeprägten Dankeschön für diese jahrelange Arbeit, die Sie so engagiert geleistet haben. Sie kennen mein Credo als Drogenbeauftragte. Sucht ist menschlich, zutiefst menschlich, aber Hilfe ist eben auch menschlich. Und darum war es mir immer wichtig in meiner Amtszeit zu sagen, wir dürfen keinen Suchtkranken, der unsere Hilfe fordert, alleine lassen. Und wir müssen Hilfe anbieten und nicht Stigmatisierung und in die Ecke stellen. Und Sie haben das über Jahre wundervoll praktiziert und dafür danke ich und wünsche Ihnen für die nächsten Jahre mindestens genauso viel Nervenstärke, Kraft und Einsatzwillen wie in den letzten Jahren. Alles Liebe!